An was muss ich vor der Ausschreibung noch denken? Was gehört in ein gutes Dossier? Welche weiteren Abklärungen muss ich noch machen? Wenn Sie im vorigen Schritt alle wichtigen Unterlagen zusammengetragen haben, dann haben Sie bereits viel erreicht. Als nächstes geht es nun darum, das Dossier für Ihre Liegenschaft zu erstellen. Dazu sollten Sie als erstes Ihre Liegenschaft gründlich unter die Lupe nehmen. Gibt es Sanierungsstatus, unschöne Ecken, die Sie mit wenig Aufwand aufhübschen könnten? Wir raten grundsätzlich davon ab, vor dem Verkauf grossen finanziellen Aufwand zu betreiben, wie beispielsweise die Küche oder das Bad zu erneuern. Hier investieren Sie allenfalls viel Geld und wissen gar nicht, ob Ihre Wahl den Geschmack der zukünftigen Käufe trifft. Mit etwas Farbe oder ähnlichen eher kleinen Massnahmen können Sie aber Ihre Liegenschaft gut noch etwas auffrischen und so den Gesamteindruck verbessern. Auf jeden Fall sollten Sie aber den Verkauf zum Anlass nehmen, gründlich aufzuräumen und allenfalls zu entrümpeln. Persönliche Fotos und andere Erinnerungsstücke sollten besser in Kisten verstaut werden. So haben die Interessenten Raum, sich die Liegenschaft als Ihr Zuhause vorzustellen. Weiteres sollten Sie sich Gedanken machen, welche Zielgruppe Sie mit Ihrer Liegenschaft hauptsächlich ansprechen werden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017